Mit diesem Haus haben wir unseren Lebenstraum erfüllt. Es ist unser Nest. Ich bin Architekt und ich bin spezialisiert auf so Altbauten und aus dem Grund haben wir dafür ein altes Haus entschieden. Wir wollten schon immer ein eigenes Haus, unsere eigenen vier Wände am Land hier in Baselbüch. Das ist so wunderschön. Wir haben Platz für unsere Kinder und unsere Hunde haben wollen. Jetzt haben wir das Glück, dass das Landwirtschaftszone ist und relativ günstig ist und wir haben jetzt auch drei Schafe, die wir als Rasenmäher einsetzen. Die BLKB hat uns rasch einen Termin gegeben. Sie waren sehr unkompliziert und haben uns gut beraten. Der Berater hat sich unsere finanzielle Situation angeschaut, mit uns besprochen, auch in die Zukunft geschaut. Die Planung war die kreativste Zeit, wo wir viele Ideen gehabt haben. Ich kann mich noch erinnern, wir haben zu Weihnachten die erste Nacht im neuen Haus geschlafen, nach dem Ufer und das war wunderschön. Dieses Jahr. Wie soll er marchen? Ja. Wie soll er es tun?